Hallo Technikfreaks, bereiten Sie sich auf eine solide Dosis Wissen über die boomende Welt des Kryptogamings vor. Mein Name ist Monika, ich bin eine der Satoshi-Schwestern und heute werde ich Sie durch die Geheimnisse der Entwicklung und die Chancen führen, die Sie in dieser aufregenden digitalen Welt erwarten. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Welten des Gaming und der Kryptowährungen verschmelzen und ein Ökosystem schaffen, das die traditionellen Grenzen des Gaming, wie wir es kennen, überwindet. Kryptogaming wird von Blockchain-Technologie angetrieben, die die Quelle dieser Einzigartigkeit ist. Es bringt eine ganz neue innovative Dimension in das Spielerlebnis durch erhöhte Transparenz, Sicherheit und am interessantesten echtes Eigentum an digitalen Assets. Dies macht das Gameplay nicht nur immersiver, sondern auch viel ansprechender durch die Möglichkeit für Spieler zu investieren. Wie funktioniert es? Wie das echte Eigentum funktioniert? Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine exklusive Veranstaltung und möchten mich an Ihrer Seite präsentieren. Ich sehe umwerfend aus und jeder weiß, dass ich nur bei Ihnen bin. Ähnlich ist es bei Kryptospielen. Spieler besitzen ihre digitalen Gegenstände, wie begehrte Waffen oder mystische Artefakte, als nicht Fungible Tokens, NFTs. Diese Vermögenswerte sind sicher auf einer Blockchain registriert und können ausgetauscht, verkauft oder gekauft werden und repräsentieren einen greifbaren Wert in der realen Welt. Sie können nicht gestohlen, beschlagnahmt oder dupliziert werden. Die Blockchain-Technologie stellt sicher, dass jede Aktion im Spiel in einem öffentlichen Register aufgezeichnet wird, was Transparenz und Gerechtigkeit bei Transaktionen und Gameplay gewährleistet. Verdienen durch Spielen. Sie können Ihre Spielerlebnisse in profitable Unternehmen umwandeln. Im Universum der Kryptospiele werden virtuelle Errungenschaften mit Kryptowährungen oder NFT belohnt, was bedeutet, dass Sie einen realen Wert haben. Sie können also online monetarisieren, indem Sie das tun, was Sie mögen. Genauso wie ich. Dezentrales Management Auf dezentralen Plattformen gestaltet nicht nur die Entwicklergemeinschaft, sondern auch die Spieler die Entwicklung des Spiels. Dezentrale Spielplattformen werden oft von dezentralen autonomen Organisationen, DAOs, verwaltet, was den Spielern die Wahl der Zukunft der Spielentwicklung ermöglicht. Überspielkompatibilität Möchten Sie Ihre Belohnungen in mehreren Spielen nutzen? Nichts könnte einfacher sein. Kryptospiele ermöglichen die Interoperabilität von Vermögenswerten zwischen verschiedenen Spielen im selben Blockchain-Netzwerk. Kryptospiele erobern die Welt. Und ich habe die heißesten Münzen und Ökosysteme auf Binance durchforscht, die Sie nicht verpassen dürfen. Hier treffen Gaming und Kryptowährungen aufeinander. Was bedeutet, dass Spaß auf Finanzen trifft. Interessiert? Ich präsentiere Ihnen unsere sorgfältig ausgewählte Auswahl bemerkenswerter Münzen und Ökosysteme auf Binance, die Projekte hervorheben, die an der Spitze der Branche stehen. Als erstes haben wir Axie Infinity oder AXS, ist ein bahnbrechendes Blockchain-basiertes Spiel, das von der Pokémon-Serie inspiriert ist, in dem Spieler Kreaturen namens Axies züchten, aufziehen, kämpfen und handeln. Jedes Axie ist ein einzigartiges NFT und macht sie zu sammelbaren digitalen Vermögenswerten mit unterschiedlichen Attributen und Fähigkeiten. Das Spiel läuft auf Ethereum's Sidechain, Onin, um Transaktionsgebühren zu reduzieren und Interaktionen zu beschleunigen. Zweitens, auf unserer Liste steht Sandbox, CYND. The Sandbox ist eine virtuelle Welt, in der Spieler ihre Spielerfahrung mithilfe der Technologie auf der Ethereum-Blockchain aufbauen, besitzen und monetarisieren können. Es verwendet einen Voxel-Kunststil, der an Spiele wie Minecraft erinnert, aber aufgrund der Technologie mit zusätzlicher Komplexität verbunden ist. Drittens haben wir Decentraland MANAR, eine dezentrale Virtual Reality-Plattform, die von der Ethereum-Blockchain angetrieben wird. Benutzer können Inhalte und Anwendungen in dieser virtuellen Welt erstellen, erleben und monetarisieren. Die Struktur basiert auf einer begrenzten Anzahl von Land- oder Grundstücken, die gekauft, entwickelt und verkauft werden können. Viertens, auf unserer Liste steht Enjin Coin, ein Projekt, das darauf abzielt, die Erstellung, Verteilung und Integration von NFTs durch Spieleentwickler zu vereinfachen. Enjin bietet ein Ökosystem integrierter Blockchain-Produkte, mit denen Entwickler Geld sammeln, ihre Gemeinschaften entwickeln und engagieren können. Als nächstes kommt ApeCoin, APE. Ein Token, der mit dem Ape Universe verbunden ist, einschließlich beliebter NFT-Projekte wie dem Bored Ape Yacht Club. Es dient als Management- und Nutzungstoken im Ökosystem und fördert das Engagement der Gemeinschaft und die Entwicklung von Projekten. Und zu guter Letzt, GALA Games zielt darauf ab, die Welt des Blockchain-Gaming neu zu definieren und den Spielerbesitz und die Kontrolle über Spielvermögenswerte zu betonen. Ihr Motto Blockchain-Spiele, die Sie wirklich spielen wollen, zeigt Ihren Fokus auf die Schaffung hochwertiger, ansprechender Spiele, die Blockchain-Technologie für den Vermögensbesitz und eine von Spielern kontrollierte Wirtschaft nutzen. Jedes dieser Projekte kombiniert Spiele und Blockchain, um breite Möglichkeiten für Besitz, Monetarisierung und Engagement zu schaffen. Sie repräsentieren einen Querschnitt der dynamischen und sich entwickelnden Welt des Crypto-Gamings, in der jeder Spieler seine eigene Welt, sein eigenes Abenteuer und vor allem eine Belohnung finden kann. Sind Sie bereit, mit uns eine Expedition durch digitale Welten zu unternehmen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spieleindustrie im Jahr 2024 nicht nur unschuldigen Spaß bietet, sondern ein riesiger Markt ist, der auf atemberaubende 246 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sprechen von Milliarden. Lassen Sie uns nun in den Bereich des Crypto-Gaming eintreten, einen aufregenden Sektor, der im März auf rund 23 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Das Potenzial für sein Wachstum ist unbegrenzt. Mit der jährlich wachsenden Spieleindustrie ist die Krypto-Nische wie ein verborgener Schatz vorhanden. Die Spieleindustrie hat sich zu einem riesigen Imperium entwickelt und der Sektor des Crypto-Gamings ist mit voller Gelegenheit für Wachstum, Innovation und eine äußerst engagierte Community entstanden. Die Fusion von Spielen und Blockchain-Technologie verbessert nicht nur das Spielerlebnis, sondern eröffnet auch neue Wege für die Wertschöpfung und die Teilnahme. Für alle Abenteuerliebhaber im digitalen Bereich bietet das Crypto-Gaming-Universum eine weite und aufregende Landschaft zum Erkunden. Von immersiven virtuellen Welten bis hin zu innovativen Modellen zum Verdienen durch Spielen sind die Möglichkeiten endlos und ich denke, Sie wissen, was ich meine? Begleiten Sie uns und gemeinsam werden wir Sie durch diese aufregende Reise führen, Schätze entdecken und jeder Herausforderung auf unserem Weg begegnen. Wenn Sie Werte in unserer Erkundung gefunden haben, hinterlassen Sie bitte ein Like und ein Abonnement. Zusammen werden wir die dynamische Welt des Crypto-Gamings mehr als einmal erkunden. Wenn Sie natürlich können, bis sich unsere Wege wieder kreuzen, viel Glück beim Spiel! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!